Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 1, der Director's Cut. Beim letzten Mal haben wir hier ein bisschen rum experimentiert und... Ja, nee, das ist jetzt, äh... Ja... Der andere Part hat ja auch so angefangen. Keine Sorge. Das ist jetzt quasi der zweite Teil vom Hacken. Und wir werden jetzt einfach mal gucken, dass wir hier Hacken können. Genau, Hacken. Oh mein Gott. Ähm, Login. John. Ja, das ist, äh, das ist ja jetzt klar. Versteht ein Blinder beim Rückstock. Höh, bam. Passwort ist... Ada. Ada Beta Mada Crater. Was ist eigentlich das hier? Na, okay. So. Ja, 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 ja. So. Basement oder Log Operation. Zwei. So, verdammt. Accessing. Permission denied. Try and the password. Und der rein theoretisch ist das Passwort ja... Wir haben ja hier noch nicht mal zahlen. Ne. Hä? Äh, what the fuck? Das erinnert mich übrigens an... An einen Raum, wo wir da so ein Bild hatten. Aber ich weiß auch nicht mehr, wo das war. Da hatten wir doch... In blauer Schrift hatten wir irgendwas. Was auf jeden Fall, ähm... Radio... Na, man kennt ja sein können. Ähm, ja, was... Was soll... Was soll das heißen? Lalalalalala. Also das erste ist ein M. Das ist ja mal logisch. Das zweite... Könnte ja auch ein X sein, oder? Vielleicht ist das ja versteckt. Ein X. Das dritte... Ist ein... Ist... Ja, was könnte das sein? Ich meine... Ein R? Ein kleines R? M. M. Äh? M. X. R. M. Hey, what the fuck? Okay. Ich meine, bis der PC wieder hochgefahren ist, habe ich den ganzen Scheiße eh wieder vergessen. Uhuh. Hey, sowas möchte ich auch haben, wenn mein PC hochfährt. Und... M. X. M. R. Oder M. X. R. M. So war das. Ja... John. M. X. R. M. M. X. R. M. M. X. M. M. X. M. Lalalala. Na, komm, mach in der Wahn. Verdammt. Verdammt Axt. So. Etage 2. Wofür steht eigentlich B? Ach egal. Nimm, 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 nimm. M. R. M. Bam. Okay. ja die macht den tisch bitte nicht kaputt machen wir doch mal gucken jetzt einfach mal was wir hier haben ja ich weiß nicht vielleicht ist das ja irgendwas zusammen was machst du na zusammengesetztes hey ein zusammengesetztes substantiv nein vor m a nm macht doch keinen sinn nein alter keine ahnung also würde ich einfach mal sagen wir gehen und noch mal diesen raum suchen ja ich glaube ich weiß wo der ist wir gehen diesen raum suchen wo das mit der blauen leuchtschrift war vielleicht war das ja wirklich irgendein gottverdammter hinweis gottverdammter hinweis und dann hier rein so es ist weil da machen wir machen wir das fucking nicht an stromrechnung und so scheiß drauf machen wir sind kunde und kundes könig war das hier mit dem licht er tatsache nochmal an er ist wie die politik wie ja so kommen wir noch mal mw eventuell gucken wir mal ob das t mal ich hab schon t r mw ich muss nicht noch mal nachgucken obwohl wir haben hier ein r oder ich weiß dass das erste ist vielleicht nur umgedrehtes w oder eine spinne zwischen zwei mauer und lu shot mal T an T-A-n-W 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 die an die die ich musste er in Wien Tee an den 2-jährigen Tee an die Tee an die in die 3 Tee an die Tee an die Tee an die Tee die die an die die Tee an die Tee an die Tee zu dem W.A. Tee an die mein W.T. im Teea der macht wer Tee an die Teea besucht MW3 Teea im W.T.A. kommt zu Annabelle und sie spielen MW3 Teea im W.T.A. MW. Teea im W.T.A. MW. Teea im W.T.A. MW. Teea im W.T.A. MW. Teea im W.A.T.A. MW. Teea im W.T.A. MW.itis. MW.pler Teea im W.A. MW. Teea im W.T.A. MW.T.A. MW.T.A. MW. source MW M W3 So, TAMW Ah, fuck you, man Okay, machen wir das ganz normal TAMW Probieren wir mal MWTA M W T A MWTA MWTA, WTF, WTF, WTF TAMW Kann man da aus dem Wort bügen? TAMW Mats TAMW TAMW Machen wir mal M A T W MATW Deine neue Fernsehsendung Okay, dann eben nicht Okay, einen habe ich noch auf Lager Einen Witz M A T W Habe ich jetzt eingegeben, war M ATW Hä? Machen wir mal Ja, ich hoffe, ich gebe jetzt nicht das selber M A W T Hey Vertauschen einfach die letzten zwei Buchstaben, wir sind voll der Hacker Okay Ähm, ja Äh, Leute, das hat keinen Sinn, ich muss nachgucken, ich meine, ne, wir haben es probiert, bis gleich Ups, warte mal, ah, ich lasse es einfach so an, äh, hey, da bin ich wieder und mein Controller ist ohne Grund abgekackt, also manchmal verstehe ich es nicht, ähm, ja, zugegeben Das war dann doch ganz schön tricky Da habe ich das Spiel leider wieder ein bisschen unterschätzt Ich gebe das jetzt aber mal schnell ein, und zwar M O L E Zack Ja Bingo, bitch Unlocked Ja, ich werde euch gleich, ähm, erklären, wie ich das gemacht habe Quit Das ist zum Glück auch nicht so schwer, also ich kann es noch erklären Wow Ja Tut mir leid, aber darauf wäre ich echt nicht gekommen, wieder mal nicht, ich komme ja auf so vieles nicht Moment Jetzt muss ich mal kurz überlegen Wir müssen mal hier runter Obwohl, hä? Ich würde euch das jetzt gerne mal demonstrieren, aber ich weiß gerade nicht, wo es lang geht Äh, doch nach links und dann rechts, ja, okay Mein Fehler, na 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 na, weil so viel Fairness muss dann auch sein Es gibt ja vielleicht Leute, die sich dann interessieren dafür und dann so What the hell? Wie hast du das gemacht? Und so Also im Endeffekt habe ich es ja nicht gemacht Ich habe ja nachgeguckt, aber, äh, versteht sich So Äh, genau Und zwar folgendes Hätte man eigentlich auch eher drauf kommen müssen Und irgendwie, wir erinnern uns, hier war ja so ein, so ein asoziales Bild Und hier haben wir, ähm, Buchstaben So, wir gucken jetzt mal nochmal hier rauf Ich habe gesagt, wir gucken nochmal da rauf Manche, verdammt nochmal Researcher's Label So, so, wir brauchen, wir haben hier ein M Dann ein komisches Dreiecks X Ein 1, eine 1 und ein M So, also gucken wir hier Man Nehmen wir mal ein M Also hier steht ja Max, äh, Po, Max Oder keine Ahnung Auf jeden Fall, ähm, man Müssen wir uns hier die Position der Buchstaben merken In dem Fall wäre unten das M Rechts vorm Wort das Dreieck X Oben diese 1 Äh, was war das Letzte? Das, äh, fuck Was war das Letzte? Man Es war, da war noch ein W dabei, oder? Auf jeden Fall Ich denke mal, ihr könnt euch das ungefähr vorstellen Jetzt kommt nämlich der Trick Der Tricky Trick An der ganzen Sache Wir, ähm Setzen das Blaulicht ein Und hier sind die Worte jetzt anders Das heißt Wir müssen, ähm Die Buchstaben jetzt, äh, da nehmen Wovor diese Zeichen waren Das heißt, von Man nehmen wir das M Von Woman nehmen wir das O Von Apple nehmen wir das L Und von Tree nehmen wir natürlich das E Und so entsteht halt Mo Was, glaube ich, auch Maulwurf heißt Ach, verdammt Der Maulwurf Ähm Ja, und das war halt das Rätsel Und darauf wäre ich, weiß Gott, ist nicht gekommen Und ja Tut mir leid Aber Es ist halt passiert Und da ich jetzt Absolut keinen Plan habe Was die Uhrzeit betrifft Und bla 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 Würde ich mal sagen Das war's heute mit Let's Play Resident Evil Der Directors Cut Beim nächsten Mal Gehen wir dann durch diese Tür Die wir gleich sehen werden Durch die da Hey Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal